Hey, Andy hier aus Mannheim. Ich begrüße euch herzlich in meinem Kanal. Ich möchte euch einen Einblick in mein Leben geben, meine Erfahrungen und mein Wissen mit euch teilen. Bei mir geht es um Spiritualität, Ernährung und Fitness. Ich weiß, es gibt zig Kanäle, die darüber berichten, aber jeder macht es auf seine Art und ich verspüre einfach nur aus tiefstem Herzen das Verlangen, auch meine Weise der Welt zu zeigen, wie ich mein Leben gestalte. Es ist jedem sein freier Wille, zu tun und zu lassen, was er möchte. Und ich habe mich einfach dazu entschieden, Gutes für die Welt zu tun. Genau, für Menschheit und für Tier. Ja, so jetzt bin ich raus. Ah ja.